Battlemania Champions League, Rap oder Stöp, das nächste Match, was wir für euch haben, wird richtig geil, denn wir wissen ganz genau, dass T-Biden MCs sich heftig auf die Fresse geben werden. Bedat gegen Tobi Nice. Bedat ist ein sehr interessanter und ambitionierter MC. Unsere Battle Scouts haben ihn in einigen A Cappella Battles beobachtet, haben gesehen, dass er auf jeden Fall das Talent hat und auch die nötige Chuzpe, um in einem Battle zu bestehen. Und wir dachten, nun ist es für ihn an der Zeit, in die erste Liga zu steppen. Tobi Nice. In seinem BMCL-Debüt-Match gegen Pille hat er gezeigt, dass er die nötigen Nerven hat, um in einem A Cappella-Battle die Oberhand zu behalten. Und das hat uns so überzeugt, wir wollten ihn unbedingt in einem weiteren Match sehen und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Macht euch bereit für den 4. Februar 2015. Dieses Mal stehen die MCs unter besonderem Druck, denn dieses Battle ist judged. Und vergesst nicht, ihr könnt dieses Match live verfolgen auf Skyroom-Live.de, da werden wir es live streamen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu den Gutscheincode, denn für uns ist Battle Rap ein Sport und wir zeigen ihn live. Ey yo Tobi Nice, ich hab gehört, du hast sogar Wovereit den Po gezeigt und meintest, do geht's nai. Du Provinz-Kanakemann. Ey ohne Scheiß, bei mir in meiner Gegend, da haben die schon mit 6 kompletten Vollbart. Aber wenn ich dich angucke, dann siehst du aus, als wärst du gerade zum ersten Mal im Solarium gewesen und hättest deinen Bartwuchs bekommen. Die Battle Mania Champions League ist nicht die zweite Bundesliga, also kannst du mit deinen Fußballvergleichen mal gleich wegbleiben. Und noch eine Sache, du wirst gefickt. Nach dem Battle, so weißt du auf jeden Fall, dass man seine Fresse erst dann aufreißen sollte, wenn man auch das Battle gewonnen hat und nicht gechokt hat. Denn von 6 Battles, die du gehabt hast, hast du 3 Mal gechokt, Alter. Ey nach diesem Battle, kriegst du nicht mal mehr einen Slot in deinem scheiß Jusenzentrum, du Otto. Hast du überhaupt schon Samen, Herr Bus? So meine lieben Freunde, hier findet ihr wie immer 2 weitere Videos über diese Künstler. Da unten könnt ihr abonnieren, hier führt es euch zur Playlist und weiter unten in der Videobeschreibung findet ihr unsere sozialen Netzwerke, unsere Homepage www.rappamtwoch.tv, unser Merch bei merchstore.net. Und vergesst nicht, da unten ist der Gutscheincode für den Livestream. Also bleibt am Ball. Peace.